Hi und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Kardiagent. Mein Name ist Tom und ich freue mich total, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Hier auf unserem YouTube-Kanal findest du alle Predigten der vergangenen Wochen und Monate. Diese sollen dich für deinen Alltag ermutigen und stärken. Außerdem findest du hier auch unseren Livestream, der jeden Sonntag um 10.30 Uhr aus dem Scala-Kino übertragen wird. Wir lieben es total, persönliche Beziehungen zu bauen. Deswegen würden wir es lieben, dich besser kennenzulernen. Geh dazu einfach auf unsere Website www.kdr.church und füll dort eine Kontaktkarte auf. Wir würden es lieben, von dir zu hören und deine Geschichte zu erfahren. Dort findest du auch alle Infos zu unseren Kleingruppen, Refs und auch Kinder und Jugendarbeit. Apropos Kids, ich möchte dich einladen zu unserem Gottesdienst für die ganze Familie jeden Sonntag um 10.30 Uhr im Scala-Kino in Hof. Und ich würde mich mega freuen, dich zu sehen. Bis zum nächsten Mal.